Willkommen zurück zu Unravel. So, wir haben jetzt schon 1, 2, 3, 4 Level erledigt. Jetzt schauen wir mal, ob wir vielleicht jetzt wieder woanders hinkommen. So. Ah, jetzt kann ich das benutzen, entgleist. Es ist jetzt aber die richtige Reihenfolge. Aber erst bevor wir dorthin gehen, ich will natürlich wissen, wie viel Heimelser hatte ich denn gefunden im letzten Let's Play. Na. Der Moment, wenn man nicht in der Lage ist, hier hochzukommen. Ich weiß nicht, ob man ja noch später reinkommt oder ob das dann schon alles ist. Aber trotzdem, ich kann es nur mal wieder erwähnen, vor 4 Euro ist das halt wirklich ein sehr schönes Spiel. Aber ich kann es nur mal wieder erwähnen, vor 4 Euro ist das halt wirklich ein sehr schönes Spiel. Und da sind wir über hier oben. Und? Ah, 4, 5, 5. Aber was habe ich denn dann nicht gesehen bei der Bergwanderung? Ich kann mir das ja heute nochmal später ansehen. Na komm, trau dich vor, mein kleiner. So, unser Volkan, es wird bereut. Sie bittet ein düsterer Haus diesmal im Wald. Man fühlt sich hier anscheinend auch nicht so sicher. Was passiert, wenn ihr hier stehen könnt, er bekommt ein Zug. Was ja sein kann. Wir suchen hier. Ich hoffe, es geht auch mal. Oh, mein Persön. Was ist denn dann der Astor dort? Hm... He Wurm Ne, ich werde bestimmt... He Das war ein bisschen Sophie des Guten Das klappt nicht so richtig... Das war's für mich Das war's für mich Nein. Hmm. 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 Let's move here, too. Hmm. 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 gibt es doch gar nicht so schwer ist es ja auch gar nicht trotzdem ich mache immer wieder auch solche schüssel fehler lasse plötzlich los dass der und zack und so mal absaufen ja Sehr schön Hä? wenn ich doch draufgeblieben wäre ich da unten nicht lang gekommen wie hätte ich denn jetzt da an den kommen sollen naja ok das machen wir nochmal ne no 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 das nicht so der ernst probieren wir es mal mit dreckkiste reinschwingen Jawohl, das hat geklappt. Wahrscheinlich nicht der korrekte Weg gewesen. Aber wir haben es super. Hier ist jetzt die Frage, wo komme ich denn überhaupt da rum hin? Ach, doch, ich kann spielen. Super. Ich würde sagen, definitiv einen etwas anderen Weg bin hier gegangen. Aber es hat funktioniert. Ich habe es einem bringt ja nichts. Sieht ja aus wie ein irgendwas Drehbares hier. Das ist eine andere Sache. Okay, das tut mir kaum mehr. Untertitelung. BR 2018 Geschafft. Prima. Aber wie sieht es dann aus, als ob man eine Kanalisation irgendwie kommt. Okay. Okay, okay, okay. Wie kann ich das denn? Okay, wenn ich da vorkomme, ist es vorbei. Okay. 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 noch einmal das ganze so man fragt sich sicherlich ist es so schwer mit dem richtigen Diming sicherlich nicht aber das richtige Diming ist hier gerade das Zauberwort diese Jungen wird jetzt nicht ist denn das nicht der richtige Weg dass man dann und noch einmal aber wir haben ja Zeit das kriegen wir hin oder auch nicht noch einmal so weiter geht kommt er in die Maschine rein ja ja Ja, ich bin tot. er ist wieder nicht gesprungen ja ja ab der tiefen das weiß ich was das hier sein soll da geht es los halt und martin Das hätte ich hier sicherlich irgendwie brauchen können. Ja, das ist dein Licht hier nicht umsonst, das brauche ich, 100 pro. Ich, also manchmal verstehe ich es nicht. Wie gehst du jetzt? So, dass es hier so ruft. Okay, dann muss es hier tatsächlich rein, weil dann ist es das Gegengewicht und damit das so glatt wie es ist. Ich gebe mit dem vor mich nicht dran. Was ist denn jetzt mehr Wolle? Ist der ja theoretisch hier oben angekettet? Okay. Richtig. Super. Okay. Habe ich denn hier Ölchen was um Gewicht hier drauf zu machen? Hm. Okay. 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 Was ist, wenn ich das so mache? Dann kann ich wahrscheinlich auf der Top spielen. Was ist, wenn ich das so mache? 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 Warte, ja jetzt kommt er da hoch. Eben hat das nicht geklappt. Was ist, wenn ich das so mache? Was ist, wenn ich das so mache? Okay, dann kann man das nochmal hochholen. Oh, immerhin Rätsel gelöst. Schieben wir das Ganze nehme ich da drauf. Ich weiß auch mal jetzt das Gewicht hier drauf. Ich werde mich aber hier unteren putzeln. Ich weiß nicht, ob ich das so mache. 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 Also jetzt mein Liebes Rad. Jetzt kommst du da drauf. Das gibt es dir jetzt nicht. Jawoll! Okay. Okay, wir werden das aber oben. Okay. 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 Hmm. Hmm. Okay. 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 Was ist, wenn ich das hier so drin halte? Okay. 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 So, wenn ich das dran brauche. Okay. Das ist. Was ist denn wenn ich das dran drange? Amen. Ich habe auch ein Stück, dass es da unten bleibt. Ich stehe halt nicht in den Sinn. Ich stehe das 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 nicht in den Sinn. Es klappt aber auch nicht. Ich habe eigentlich gedacht, dass ich... Ich stehe das nicht in den Sinn. Ich stehe das nicht in den Sinn. Das ist ein Let's Play wieder. Und ich werde das noch eine Weile probieren, bis ich es geschafft habe. Bis später. Bis später. Bis später.